Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Drakküla gesehen. Sehen Sie mal da hin und gucken Sie, ich gucke mal da. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehe ich nur Sie und mich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Achso, die Hand ist nicht gesehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe nicht. Weiß ich nicht. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine drungische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen es nicht sehen können, wenn Sie es jetzt sehen. Aber ich muss... Ich bin ja plötzlich unsichtbar. Also was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja nach vier. Danke. Ich will. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Kann ich auch nichts dafür. Das ist ja eigenartig. Sehen Sie es okay? Spiegel? Nee, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? In der Uwe, ich spreche noch nur. Spät ist kaputt. Gegen vier. Kurz nach vier. Danke. Ich habe das Spiegel nicht verarschen. Haben Sie ein Problem? Das ist ja nicht ein Spiegel. Was ist denn das mit dem Spiegel? Kann ich auch nicht verarschen? Natürlich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Natürlich leicht. Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine andere. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nicht. Es ist doch los, um Spiegel zu finden. Was ist denn das mit dem Spiegel? Und ich habe das mit dem Spiegel? Siehst du? Das ist ja ein Merkverricht, ne? Das ist ja ein Ding. Sie sieht man und ich sieht man nicht. Das habe ich aber schon nicht erlebt. Das ist ein Ding. Ich bin unsichtbar auf dem Schiff. Können Sie sich sehen? Nein. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Ich komme vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Das fass ich nicht. Nehmen Sie noch mal die Brille runter. Wieder nicht? Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Ja. Jetzt schält Sie dich mal hier, ob da hier die Frage angeht. Ich habe zu wem. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Das ist mir so gut. Ja. 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 Sie sind so gut. Ja. Ja. Das ist doch... Ja. Ja. Das ist jetzt so. Ja. 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 Ja, ja, ja.